Musik Wenn man als so junger Mensch wie ich bereits Bürgermeister ist, dann trifft man heute schon Entscheidungen, für die ich dann ganz persönlich noch in Jahren gerade stehe. Ich will mit viel Herzblut für Sie und mit Ihnen eine gute Zukunft schaffen. Nur gemeinsam geht es. Die Zukunft ist offen, aber wir haben gute Chancen, unsere lebens- und liebenswerte Pfalz erfolgreich voranzubringen. Unsere Zukunft liegt in unseren Händen. Ich will Sie mitgestalten und unsere Heimat, Stadt- und Landkreis Kaiserslautern noch attraktiver machen. Dazu muss die Metropolregion Rhein-Neckar um unser Gebiet erweitert werden. Die Universität gilt es auszubauen. Sie ist mit noch mehr Unternehmen zu verzahnen, damit Theorie und Praxis stärker voneinander profitieren. Weiterbringen wird uns auch eine für Stadt- und Landkreis verträgliche, also nicht zu große Shopping-Mall in Laudern. Musik Für uns alle sollte gelten, machen statt meckern. In wenigen Tagen können wir eine bessere Regierung für Rheinland-Pfalz wählen. 20 Jahre SPD-Herrschaft sind wirklich genug. Mit Julia Klöckner an der Spitze des Landes wird auch bei uns endlich wieder gelten, wo die Union regiert, geht es den Menschen besser. Musik 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 Musik